Hi, es ist Sonntag. Ich habe mir eine schöne Tasse Tee gemacht und mir überlegt, wir können mal ein bisschen über Kosmetik quatschen. Also so quasi mein Lieblingsthema. Ich habe letzte oder vorletzte Woche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, angefangen mit meiner Best 5, Under 5 und ich hatte euch ja avisiert, dass ich ganz gerne diese Reihe fortführen möchte bis High End, High End, zumindest mit den Produkten, die ich so habe, so wahnsinnig viel ist das bei mir nicht. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar handelt es sich um meine liebsten 5 Produkte plus 1, weil man an einem Produkt nicht so einfach rankommt, bis 10 Euro, also zwischen 5 und 10 Euro. Wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt dran. Ich starte mit einem echten Favoriten, also es sind alles Favoriten, sonst würde ich es euch in diesem Video nicht zeigen. Ich habe deutlich mehr Produkte in dem Preissegment. Ich habe mir aber wirklich nur meine absoluten Tops rausgesucht und das ist hier ein Kontur Kit von Trended Up. Kostet regulär im Handel 5,95 Euro. Ich finde die Palette super schön. Dieses, ich sage mal, Banana Powder kann man super nehmen, um die Stirn abzupudern. Ein echter Highlighter ist das jetzt nicht, aber kann man super dafür verwenden. Das hier ist ein ganz, ganz toller Bronzer zum Gesicht aufwärmen und das ist eine richtig, richtig schöne Konturfarbe. Ich swatch euch die mal. Wie ihr seht, dieser kühlere Ton ist einfach perfekt für Kontur und der Browser-Ton ist super zum Gesicht aufwärmen. Ich bin total begeistert von dieser Palette. Habe lange überlegt, ob ich sie mir kaufe oder nicht, weil ich auch noch das Anastasia Beverly Hills Kontur Kit hier hatte. Habe ich mittlerweile verkauft, weil es einfach, es macht keinen Sinn für mich, eine Palette mit sechs Produkten hier zu behalten, wenn ich davon nur zwei wirklich benutze. Und auch die habe ich nicht häufig benutzt. Die finde ich richtig schön, wenn ich mal Bock auf Kontur habe. Ihr seht, so oft ist das nicht, sonst werde ich schon deutlich weiter aufgebraucht. Aber wenn ich Bock auf Kontur habe, dann greife ich super gerne zu diesem Produkt. Richtig, richtig schön. Weiter geht's mit diesem wundervollen Schwamm, den ich natürlich hätte reinigen können, bevor ich ihn euch in die Kamera halte. Es handelt sich um den Laurena Wonder Sponge. Ich finde den so genial. Das ist der absolut, wie sagen die Lungen heute, jungen Leute heute fucking beste Megateil. Also wirklich der Hammer. Der wird wahnsinnig weich. Also der ist im Ursprungszustand schon weicher als die meisten Make-up Schwämme. Aber wenn man ihn anfeuchtet, ich habe ihn gerade verwendet, um meine Foundation aufzutragen. Er ist so, so schön. Er ist weich. Ist von der Form, wie dieser Real Techniques Explection, keine Ahnung, wie es sich nennt. Also dieser Real Techniques, dieses Real Techniques Make-up Eye. Und ist aber von der Konsistenz, wie der Beauty Blender. Aber ohne, dass er so ausfranst und kaputt geht, wie der Beauty Blender. Also ich habe den, ich habe den schon ewig. Ich weiß gar nicht, wann Christian mir den mal in ein Paket gepackt hat. Also an dieser Stelle nochmal danke, lieber Christian. Ich liebe dieses Ding. Und ich werde mir definitiv noch ein, zwei davon kaufen. Fantastisch. Ich setze euch den Link zu dem Shop mal in die Infobox. Ich habe auch einen Pinsel von dem. Der ist auch geil. Also das ist wirklich richtig toll. Dieser Make-up Schwamm hat für mich wirklich alle anderen Make-up Schwämme abgelöst. Der ist der Shit und kostet 5,99. Und wenn ihr bei Laurena, wenn ihr euch bei Laurena für den Newsletter anmeldet, kriegt ihr 10%. Das heißt dann 5,50 Euro. Und ganz ehrlich, ich würde auch 15 dafür bezahlen, weil der so großartig ist. Ich habe ja für den Beauty Blender auch immer 15 Euro bezahlt. Nur bei dem ist es wirklich so, der franzt mir immer aus. Der geht mir immer kaputt. Jetzt zeige ich euch ein Produkt, das ich vor ganz kurzem erst geschenkt bekommen habe und auch heute trage. Auch wieder vom lieben Christian. Auch wieder Dankeschön. Und zwar handelt es sich um den Colourpop Highlighter in der Farbe. Ich habe nachgeguckt, weil er hat mir das nochmal geschrieben. Hier, Kitty Kitty. Die Verpackung blendet total. Aber es macht auch keinen Sinn, ihn euch zu swatchen. Seht einfach diesen unglaublichen Schienen auf meinen Wangen. Ich weiß nicht, ob ich den nicht sogar schöner finde als Opel vom Bäcker. Also ich finde den richtig, richtig gut. Kostet 8 Euro im Shop bei Colourpop. Und auch da gibt es immer wieder Rabattaktionen, dass ihr den auch noch günstiger schießen könnt. Jetzt ist bald Black Friday Sale. Ich glaube, da kriegt ihr auch nochmal ordentlich Prozente. Es ist nur nicht so einfach, den nach Deutschland zu bekommen. Und deswegen habe ich in diesem Fall auch wieder 6 Produkte ins Projekt genommen damit. Ihr trotzdem 5 Produkte, die man in Deutschland bekommen hat, super von mir zu sehen bekommt, die ich richtig toll finde. Ich habe heute irgendwie Redeschwierigkeiten. Ich komme nicht so richtig in den Flow. Dann habe ich hier ein Produkt, auf das bin ich durch die liebe Diana vom Kanal Diana0380 gekommen. Und zwar handelt es sich um diesen Kiko Long Lasting Eyeshadow Stick. Ich habe drei davon. Ich finde sie alle gut, aber das hier ist so mein Favorit. Und zwar ist das die Farbe 33. Das zeige ich euch auch mal. Das ist so ein kühles Graubraun. Das passt wirklich unter die meisten Lidschatten super drunter, die ich so verwende im Alltag. Ich sei denn, dass es halt was rötlich-orangenes, dann sollte es was wärmeres sein. Mega, der hält bombe. Ich brauche nicht noch einen Eyeshadow Primer drunter. Und alle Farben haften gut drauf, sodass das Augenmake-up auch den ganzen Tag hält. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und die kosten 6,95 Euro. Und auch hier wieder Kiko hat ständig irgendwelche Rabattaktionen oder Kauf 3 kriegt den dritten umsonst. Sowas in der Art gibt es bei Kiko ständig. Richtig, richtig gut. Und ja, ein echter Favorit. Über dieses Produkt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr groß reden. Es handelt sich um Milani Luminoso. Für mich immer noch der, also einer der allerschönsten Blushes, den ich jemals getestet habe. Ich liebe diesen peachigen Ton. Ich liebe es, dass man ihn soft auftragen kann. Man braucht nicht noch zusätzlich einen Highlighter, weil er wirklich einen ganz, ganz tollen Sheen hat, ohne dass er glitzerig ist. Im Gegensatz zu fast allen anderen Milani Blushes. Der ist einfach so, so schön. Und ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen. Aber normalerweise ist hier so eine richtige Kuppel drauf. Nichts richtig abgetragen. Ich vermute, ich würde diesen Blush tatsächlich auch irgendwann mal leer machen können. Ich finde den richtig, richtig toll und würde ihn dann auch nachkaufen. Definitiv ein totaler Favorit. Hier ist das mit den Preisen ein bisschen schwierig. Je nachdem, wo ihr einkauft und wie der aktuelle Kurs ist, könnt ihr den Blush zwischen 8 und 11 Euro kaufen. Da ich aber deutlich mehr Angebote unter 10 Euro bekommen habe, habe ich mich entschieden, ihn trotzdem reinzunehmen. Fantastisch. Ich liebe ihn über alles und was geht, versuche ich euch mal in die Infobox zu verlinken. Das letzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist diese Full Throttle 4er Lidschattenpalette Color Right FTSP08 von NYX. Also Worte können nicht fassen, wie gut ich diese Lidschatten finde. Ich finde die großartig. Mit Ausnahme von dem. Der ist nicht so geil, aber auch mit dem kann man arbeiten. Also es ist kein Schrott. Aber diese drei Lidschatten hier, das ist so schön. Also ich könnte, im Prinzip könnte ich diese, also man braucht nicht mehr viel anderes. Ich mag ja sehr gerne rötliche Augen-Make-Ups. Ich mag es warm in Orangetönen, beides drin. Einen Braunton, um den in der Lidfalte zu verblenden. Oder auch einfach nur einen Braunton, um warmes Augen-Make-Up zu schminken. Ich finde die so, so gut und ich swatch euch die auch mal. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen bei den Lichtverhältnissen hier drin. Die Pigmentierung ist der Hammer. Gibt's gar nichts zu meckern. Die kostet 9,85 Euro bei DM. Ja. Bei Douglas bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was sie kosten, aber ich würde dann vielleicht bei Douglas gucken, wenn sie mal wieder 20% auf alles haben. Großartig. Ganz, ganz große Liebe. Und das waren sie auch schon wieder. Meine sechs liebsten Produkte unter 10 Euro. Wie gesagt, dadurch, dass man den Highlighter so schwer in Deutschland bekommt und der Zoll da oft auch Ärger macht, weil die ihre Inhaltsstoffe nicht draufschreiben und keinen Verfallsdatum. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas in der Art war's. Ist es nicht so leicht ranzukommen und deswegen habe ich sechs Produkte reingenommen. Ich finde diese Sachen alle großartig. Die sind in meiner regelmäßigen Routine immer wieder Produkte, zu denen ich immer wieder greife. Und als nächstes sind dann meine liebsten Produkte bis 20 Euro dran. Oder? Ja. Also ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was eure liebsten Produkte in der Kategorie sind. Ich bin wahnsinnig neugierig und probiere mich natürlich auch gerne durch. Solange das Tierversuch frei ist zumindest. Und ja, ich würde sagen, dann höre ich mal auf zu drehen. Wünsche euch alles Liebe. Hoffe, ich schalte wieder rein und bis ganz bald. Ciao!